Okay Leute, ich bin's Gabriel von Let's Roll. Wir sind jetzt hier, zweites Event, neuer Space, neue Matten, neue Medaillen, alles neu. Mega cool, Saka hat mega die Arbeit geleistet. Die ganze Nacht hier gewesen, Banner aufgehängt, Tribüne gemacht, alles gemacht. Voll cool, dass die Leute zahlreich gekommen sind, schon wieder. Mega gut, es wird immer größer, immer größer und wir freuen uns, dass wir hier sein können. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Nicht warm und voll der Matten, nicht warm und auch die Matten. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Vielleicht auch einfach, dann sind wir hier. Okay. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 3, 4 Aus, 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 aus! Das war's für mich. Auf geht's! Das war mein erster Kampf und es hat richtig Spaß gemacht, meine Verteidigungsskills anzuwenden und ich bin gespannt, was ich alles daraus lernen kann. Beine, ich meine die Beine werden vorbeiget. Beine, ich meine die Beine werden vorbeiget. Beine rüber! Die Beine rüber! Lass mich den Arm auskennen. Ja, geht da endlich mal. Noch mal. Noch mal. Voller Serra, voller Serra, voller Serra, die geht hier. Musik Und, Start! Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Wer ist da? Wer ist da? Achtung! Schön festmachen, schön festmachen! Spannende, Lohnen! Applaus Geil! Jawohl, jawohl! Komm, komm, komm! Geh nach vorne, weiter, weiter, komm! Ja, gut! Groß an ihn, aber groß! Ganz gut! Ja, gut! Ja, gut! Komm, sieh, bleib dran! Mach die Beine zu, mach die Beine zu! Wie ist es für Beste? Komm, sieh, bleib dran! Geil jetzt! Geil jetzt! Geil jetzt! Güils, Güils, Güils! Gut. Geil jetzt! Geil jetzt! Hallo, ich bin auch ein bisschen nervös, das war heute jetzt mein erster Kampf und ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen, ich bin richtig nervös gerade, ich weiß auch nicht, was ich genau sagen soll, ich bin auf jeden Fall zufrieden und freue mich auf die nächste Runde. Weiter, weiter, weiter! Stopp! Brot auf die Hälfte, Brot auf die Hälfte! We had a great time today. Probably one of the best organized jiu-jitsu matches in Germany. Hope they keep on doing them. And hopefully next time we both win gold. We'll be right back. Stopp, bitte weiter in gleiche Position. Stopp.